Neue Folge von Shadow Tactics. Folge 14 müsste es sein. Letztes Mal ist ein bisschen was schiefgegangen. Da musste ich wie so ein Depp hier fünfmal den Typen vom Gerüst oder vom Dach hier mit Sarke anlocken. Aber am Ende hat es dann doch geklappt. Das ist das Wichtigste. So, den hier müssten wir doch jetzt eigentlich auch irgendwie kriegen können. Können wir doch eigentlich... Wo guckt der hin? Das müsste, dürfte hier eigentlich keiner sehen, ne? Die Ecke. Die sieht nur der. Der guckt nicht so weit. Das heißt, wenn ich da mit Mugen den Sarke hinschmeiße... Dann sollte das alles klappen. So. Das heißt, der kann sich jetzt hier seinen Sarke zurückholen. Und der Fußabdrücke werden... ...bemerkt werden. Na, das sehe ich ja noch nicht. So, das heißt, wenn wir jetzt hier die Falle hinlegen, sollte das passen. Also die Kombination aus Sarke und Falle ist tatsächlich nicht so schlecht. Du siehst nichts. So, jetzt müssen wir den dann nur relativ schnell wegschaffen. Na, wie weit kannst du dann gucken? Komm, meine kleine Wache, komm. Du bist eine süße Wache. Ja, eine süße bist du. So, und dann drehst du dich um und gehst weg. Genau. Dann darfst du hier lang. Dann bist du tot. Dann schnappen wir dich. Keiner hat's gesehen. Und dann holen wir den gleich auch noch. Dann können wir den gleich auch noch holen. So, zwei Leute mit einer Sarkeflasche. Dafür muss es doch Boni geben. Oder was, oder wie, oder was. Sehr gut. So, dann kann sie noch ihre Falle einsammeln. Dann waren das im Endeffekt jetzt schon wieder fast alle. Hier fehlt jetzt nur noch der hier hinten. Und den müsste ich doch eigentlich übers Dach ganz gut kriegen. Also, ich sollte vielleicht erst mal speichern. So erfolgreich wie hier. Oh, da sind ja so viele. Äh, okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber kann ich da nicht mit Mugen meinen super Schwertschwinger machen? Dass er sich hier in den Busch setzt. Man muss nur wissen, wie genau und wo genau. Und überhaupt. Und sowieso. So, das heißt, wenn ich jetzt hier tröte, müssten sie da nicht eigentlich alle kommen? Wie so ein paar Trottel? Jetzt gehen sie ins Haus. Das ist natürlich jetzt auch denkbar dumm von ihnen. Oh, das ist denkbar schlau von ihnen. Ja, gut. Okay, also die sind nicht so doof. Die gehen aufs Dach hoch. Ist da eine Leiter? Da ist eine Leiter. Ist ja stark. Aber die Seite wird gar nicht eingesehen, oder? Das heißt, ich könnte mit Muggi Mausi auch einfach hier rum. Gehen. Die gucken doch da alle gar nicht hin. So, dann kann er sich doch einfach hier hinter die Ecke setzen. Und sie flötet den einen mit der Flöte. Und geht dann runter, damit sie im Zweifelsfall nicht entdeckt wird. Und er rennt hin, sobald die alle da sind. Und ich sage mal, Problem elegant gelöst. So, euch schmeißen wir mal alle ins Haus. Zack, und noch einer, und zack. So. Sexy, jetzt haben wir das. Sehr schön. Jetzt könnten wir uns hier in den Wagen verkrümeln. Aber das wollen wir ja noch gar nicht. Wir wollen ja das Ding zusammenstürzen lassen. Jetzt könnte ich auch den Turm hier hinten nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das in irgendeiner Form Sense? Ihr ist kalt. Mal wieder. So, dann geh du doch vielleicht mal in den Busch da unten. Dann bist du schon mal näher dran an dem Kerl. Und jetzt machen wir einfach mal das Experiment. Mit Mugen. Und lassen mal hier die... Den Turm zusammenbrechen. Das gibt's doch nicht. Wie kann der denn das gesehen haben? Ah. Einmal quer über den ganzen Platz. Okay. Ich hab jetzt nicht so richtig aufgepasst, wer jetzt alles dann weg war und wer nicht. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Nochmal in geil. Und kriegen das dann besser hin. Vielleicht kann ich den hier auch vorher schon erledigen. Ich hab gesagt, ich mache das nochmal in geil. Was mach ich denn da? Na klar, dass der mich so schnell sieht. Aber ich würde den ganz gerne auch noch beseitigen, weil der verschwindet ja nicht durch die Ablenkung. Das heißt, auf der Seite hätte ich deutlich leichteres Spiel, wenn er dann nicht mehr wäre. Und ich kann ihn doch eigentlich auch locken, indem ich hier einfach eine Fußspur mache. So, das müsste doch jetzt eigentlich geklappt haben. So, und damit ist der dann schon mal erledigt. Machen wir mal einen Speicherpunkt. So, jetzt sind es nämlich auch gar nicht mehr so viele da oben. Da hinten noch vier Typen. Und es reicht ja. Wer guckt denn hier in die Richtung? Der guckt auch noch in die Richtung. Scheiße. Aber es reicht ja, wenn ich relativ nah an dem Beamten dran bin. Also wenn ich zum Beispiel in den Büschen hier bin. Oder wo geht der am nächsten ran? An den Schrein. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Busch rein sneake. Nichts Wichtiges. Da hat er recht. Dann bin ich relativ nah an ihm dran und kann vielleicht ihn da dann auch ihm das Zeug klauen. Die Dokumente, die wir seit fünf Folgen hier versuchen zu stehlen. Aber hat ja auch keiner gesagt, dass das hier ein einfaches Spiel ist. Es ist sogar im Gegenteil ein relativ komplexes. Und nicht ganz einfaches. Spielchen. Jetzt ist er hier hinten. Oder muss ich damit warten, bis er näher da vorne ist? Ne, jetzt läuft er da rum. Okay, die untersuchen jetzt hier. Der da, der ist natürlich leider immer noch da, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Okay. So, jetzt verabschiedet er sich da von ihm. Die sind immer noch da hinten und untersuchen. So. Hatte... Nein! Dammit! Ah, zu langsam, zu langsam. Du kleine Maus. Viel zu langsam. Okay, dann... Wo machen wir das denn dann am besten? Dann vielleicht von hier? Aber grundsätzlich geht das so. Grundsätzlich funktioniert das. Muss es nur noch besser timen, glaube ich. Also, würde ich jetzt sagen. Ich würde auch gerne haben, dass es... Dass ich einen Speicherpunkt mache, wenn er schon wieder näher hier vorne ist. Da, wo ich ihn auch haben möchte. Und das Problem war jetzt ja diesmal nicht die Wache auf der anderen Seite des Gartens, sondern er selbst. Er hat mich entdeckt und beschossen. So, und speichern wir mal hier. Lass mal das Ding mal zum Einsturz bringen. Er geht ins Haus. Oh, und dann rennt er weg tatsächlich. Shit. Ich wollte schon sagen, das hat mich jetzt gewundert. Vorhin, dass er dann wieder so weit weg startet. Aber er startet immer da vorne. Damit man hier den kompletten Weg hat, um ihm das Ding irgendwie abzunehmen. Die stehen ja dann hoffentlich auch einfach mal zwei, drei Minuten da. So, Yuki, jetzt muss es... Jetzt muss alles passen. Komm, komm, komm. Und sobald er in die Richtung guckt, muss ich ihm folgen und... Ja, ja, yes! Er sieht's, aber es ist ihm egal. Die Fußspuren sind ihm egal. Super. Speichern. So, jetzt müssen wir nur noch in den Wagen rein. Zack. Mugen kommt auch mit. Und... Geschafft! Yes! Geile Sache. Ach, schön. War das mal ein geiler Einbruch. Lange gedauert, aber was lange währt. Wird irgendwann hoffentlich gut. Das hat Spaß gemacht. Es war auch, wie gesagt, nicht einfach. Ich hatte jetzt echt drei, vier Stellen, wo ich... Zwischen den Folgen vor allen Dingen dann echt mal... ...fünf Minuten überlegen musste und rumprobieren. Ihr habt jetzt ja viele Fehlversuche schon gar nicht gesehen. Das war eine lustige Abenteuer. Ein guter Display des thiebenden Arten. Amongst andere Dinge. Oh, danke dir, Master Samurai. Ich denke, Hayato-san wird glücklich sein, dass du so einen... ...talentigen Studenten haben. Ähm... Can I ask you a question? Go ahead. You're... You're not like other Samurai, are you? Haha. Is that your idea of a compliment? Yes. Then I will take it as such. Now, let us return to the meeting place and examine these documents. Hi, Master Samurai. Was hat sie denn gegen Samurai? Sind die ihr alle zu doof und grobschlechtig und brutal oder so? Ey, knapp zwei Stunden, ne, die Mission. Das ist schon echt extrem krass. Also davon habt ihr jetzt vielleicht anderthalb gesehen. Auch oft nochmal gespeichert habe und dann wird der Zeit eingerechnet zwischen den Folgen. Zerstöre nicht die Holztürmer. Zerstöre nicht die Holztürmer. Das hätte man auch machen können. Okay. Lasse einen Feind deinen Fußspun 50 Meter folgen. Öffne zuerst das nördliche Tor. Öffne zuerst das südliche Tor. Das heißt, man muss die Mission mindestens zweimal spielen. Versteck dich im Wagen hätte man noch machen können. Schließe die Mission auf Hardcore ab. Ne. Schließe die Mission in unter 15 Minuten ab. Okay. I see. Hätten noch ein paar mehr Gegner umbringen können. Aber muss ja nicht sein. Töte alle Samurai. Wie hätte man das denn schaffen können? Es gab da, glaube ich, an einer Stelle konnte man Explosivfässer irgendwie mitnehmen. Da könnte man vielleicht die Tore, wo zwei Samurai davorstehen, hinkriegen. Die Tore leerräumen da. Weil alleine kann der Mugen nicht gegen zwei kämpfen. Töte niemanden im Lager ist halt absolut krass. Wie willst du denn da durchkommen, ohne eine einzige Person zu töten? Das ist ja, also da spielst du dich ja doof und dämlich. Aber ist natürlich cool. Also ich meine, dass es solche In-Game-Achievements gibt. Hier habe ich deutlich mehr mit Yuki gemacht. Einfach, weil sie sich freier bewegen konnte. Über eine Stunde mit ihr gespielt. Und sie hat 33 Feinde getötet. Beeindruckend. Beeindruckend. Deutlich mehr als Mugen. Aber er konnte sich auch einfach viel weniger bewegen da in der Umgebung. So. Nächste Mission ist der Berg Zuru. Was erwartet uns da? Mugen findet heraus, dass Takuma überlebt hat. Er tut sich mit einem alten Bekannten zusammen, um Takuma zu finden und zu retten. Okay, also der Takuma scheint der alte Mann zu sein. Ich hatte den Namen schon wieder vergessen. Den wir in der Demo, beziehungsweise in der ersten Mission kennengelernt haben. Der Schafschütze. Der wurde ja dann vom Turm gesprengt von seinen eigenen Leuten. Voll gemein. Und wir tun uns offensichtlich mit einer jungen Dame zusammen. Die nicht ganz so jung ist, nehme ich mal an, wie Yuki. Aber auch noch relativ hübsch und jung. Um den Takuma zu holen. Weiß ich nicht. ihn irgendwie einzusammeln. Und dann gehört er auch zur Truppe. Und dann haben wir alle fünf. Also fünf Leute sind wir ja. Das sind dann Hayato, Yuki, Mugen, Takuma und die Frau, die wir jetzt noch nicht kennen. Ich bin gespannt. Nächste Folge geht es weiter. Offensichtlich an irgendeiner Form von Brücke. Das könnte interessant werden, weil es sicherlich nicht einfach wird, darüber zu kommen ungesehen. Aber das sehen wir dann nächstes Mal. Bis dann!